Hallo Leute und willkommen zu einer Runde. Mein Mikro hält gerade nicht richtig. Ich glaube so. Willkommen zu einer Runde SSG, wollte ich sagen. Und damit willkommen. So, willkommen jetzt bei Serverware Games, bzw. heute mal wieder eine Runde LuckySG auf dem Funville-Server. Geile Sache, ne? Ich weiß. So, ich habe keine Ahnung, das Schwert habe ich natürlich nicht bekommen, war mir ja irgendwie klar. Oh, hier ist noch ein Schwamm. Prinz weiß andere, irgendwas bekommen. Ein Helm. Ach, diese Missgeburt. Ich habe mir den Helm geklaut. Das gesehen. Okay. Ich glaube, die wollen mich jetzt verfolgen. Wie gut ich zurückgesetzt werde, ist echt schön. Macht so Spaß. Okay. Wow, 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 wow. Ein Turnaround wäre jetzt geil, ja? Und dann Straven. Und dann ist wieder Turnaround. Super. Einer Fall da, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass wir das mal überleben. Aber wir euren Profis. Nein. Das wäre, glaube ich, wieder mehr Glück als Verstand, wie immer. Ein bisschen... Okay, das Brot brauchen wir hier. Warum heute eigentlich wieder volles Leben? Habe ich so schnell regeneriert? Oder bin ich... Habe ich Hallus? Vielleicht hast du ja auch die Truhe hier gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Oh, scheiße. Einfach ganz viele Hexen. Was ist da los? Die wollen mich alle aufessen. Finde ich nicht so geil, ne? Auf jeden Fall, gestern kam der Vlog. Muss ich mal gucken. Oh, ich habe den Links-Effekt bekommen. Goldapfel. Ähm... Und der war echt cool. Oh, was habe ich jetzt? Körbiskopf. Das war echt cool, muss ich sagen. Wirklich jetzt. Ähm... Ich habe aber sehr viel Hass-de-nicht gesehen in dem Vlog, angeblich gesagt. Wo ich den meisten auch recht gebe. Das war echt übertrieben. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Oh, ein Goldblock. Kann man natürlich zu Goldbarren machen. Aber wir Profis brauchen das nicht. Wir holen unsere Sachen, indem wir Menschen töten. Mit dem Weihnachtsmann da vorne. Ich wette, der mag das, wenn ich ihn vernichte. Herr Weihnachtsbad, kommen Sie bitte wieder her. Ich will mit Ihnen, liebe... Oh, da ist der Weihnachtsmann. Plops. Das sind einfach mal Pilzkühe und so. Richtig. Ah, richtig merkwürdig, du. Aber da war es ein Typ hier in dem Haus. Oh, das sind sogar Ocelots. Wie finden die sich da drinne? Wenn nein, dann ist das ein Team. Anscheinend ist das ein Team da drinne. Hm, hätte ich volles Leben. So. Bamm. Ah. Leute. Die hatten aber, glaube ich, nicht so das Zeug. Die hatten gar keine Waffen. Oh, Mann, das ist ja voll easy-wake. Nein. Hätten die Waffen gehabt, dann wäre es vielleicht echt böse ausgegangen. Und jetzt sind hier wieder raus. Hier. Na ja. Keine Angel oder so, aber ist nicht so schlimm. Ja, dann erwähnen wir halt mehr mit Turn-O-Morons und Swapen, wenn es geht. Swapen klappt zwar nicht rüber, aber na ja. Der wollte mich töten. Ja, Amos macht aus Höhen übrigens sehr viel Schaden, für die die das nicht wissen. Ich glaube, ich gehe mal langsam wieder zum Spawn, weil er bald Reset ist. Oh, das ist ja mit einem Dier-Schwert. Ist aber nett. Yes. Schneeball-Kombos. Beste. Nein, okay. So. Wo ist das Dier-Schwert? Ah, ich habe es. Im Inventar. Muss man echt aufpassen. Ich habe schon Angst. So, gleich müsste eigentlich Reset sein. Aber wir haben schon mal ein Dier-Schwert. Das ist schön. Die Kistenwohn neu befüllt. Ah, eine Angel. Na, erstens holen wir alles soweit mit. Wobei ich jetzt auch nicht alles mitgenommen habe. Ich habe eine Angel. Ja, es hätte gerne eine bessere Brustplatte. Habe ich aber nicht, leider. Ja, super macht ihr das. Ja, einen habe ich. Einen habe ich. Ich tue mal so, als ob ich es aussortiere. Und jetzt. So. Das war alles Taktik. Was wollte ich haben? Das Essen, genau. Den Dier. Die hatten keine Eisenbrustplatte dabei. Schade. Auf jeden Fall, das baue ich auch nicht mehr. Flint. War da irgendwo ein Flint oder so? Ne, auch nicht. Machen wir das mal da hin. Gut. Vielleicht die M. Ja, in 10 Sekunden. Das passt ja gut. Das passt ja sehr gut. Ich habe 10 Smaragde. Ich kann dafür, glaube ich, aber nichts Tolles holen. Boah, der hat ja gar kein gutes Gear. Noch mehr. Cushion. Ich kann gerne ein Bogenduell machen. Den verlierst du aber. Weil ich dir schon extrem viele Hits gegeben habe. Noch ein Hit. Oh, der ging daneben. Oh, der ging auch nochmal rein. Ah, schade. Aber heute ist so ein schönes Dier-Schwert. Eigentlich echt jemals schade. Albino Elfboy. Was ist das denn bitte für ein Name? Ich kann mich doch hier nicht Albino Elfboy nennen. Ist ja voll rassistisch. Wobei, was ist daran rassistisch? Egal. Okay, das war Bad Wars. Äh, das sag ich da. Das war... Lucky SG. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch eine Lobby voll wird. Ist nämlich relativ spät. Wir haben hier auch Rush übrigens. 4x4. Äh... Na gut. Schade. Okay. Auf jeden Fall, das war Lucky SG. Ich hoffe, euch hat die kleine, kurze, knackige Runde gefallen. Tut mir leid, dass sie nicht länger ging. Aber, ja. Ich versuche die nächste Folge, wenn wir Lucky SG machen, dann wieder eine längere Folge zu machen. Dass ich dann... Zwei Runden hintereinander mache oder so. Gut. Jetzt ist schon mal 8 Minuten 40. Soll ich noch eine machen? Nee. Ich lasse das so. Ja. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.